Hi, ho, Minecraft-Freunde, ich bin ein Mädchen, Marina. Spaß, ich bin ein Junge. Und willkommen zu einer Folge von Minecraft, Wolfgang. Gustav, willst du sterben? Willst du sterben? Spaß, ich mache den Spaß, Gustav. Willst du ein bisschen Fleisch essen? Jetzt ist es. Gustav isst. Ich bin ein bisschen der Gustav-Fan. Willst du ein bisschen Schweinefleisch essen? Schmeckt bestimmt lecker. Dann packt ihr mal ein bisschen Fleisch rein, wo ihr irgendwas isst. Ich kann mich hier mal gönnen. Und jetzt so, so, hier, hier. Ich habe mir was Neues gebaut, das kann richtig nice schießen. Das habe ich alleine gebaut, das kann richtig nice schießen. Und das hier kann auch richtig nice schießen. Hey, guck mal, ich muss eben kurz an. Nee, ich muss hingucken. Guck, ich muss jetzt wieder aufheben, bevor die Pfeiler wieder alle sind. Ich muss jetzt wieder aufheben. So, 16 Pfeiler hat es geschossen. Da sieht es, wie schnell es geht. Ich kann es einstellen, ob es ganz langsam oder sehr schnell soll. Ich habe auch sehr schnell eingestellt. So, 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 jetzt mal da rein. So, easy, GG. Kann man sich mal gönnen. Ja, und heute, ja, ja, diese Eier, die habe ich in der Ausdunkelweise mal gescheatet. Deswegen, ich muss ja meine Firma weitermachen. Da muss ich halt solche Eier schießen. Verstehst du? Hier, aber das Restliche habe ich, ähm, erfahrt. Sagen wir es mal so. Aber Lidl muss ja weitergehen, aber davon esse ich nichts. Davon esse mein Bruder alles. Das ist so, dass ich davon jetzt nichts essen werde. Keine Sorge. Auf jeden Fall. Und ich ja, dass Lidl weitergeht. Der launt sich natürlich. Und guck mal, das Briefkasten habe ich auch weiter als Nettlichkeit. Und als Entschuldigung. Und guck mal, sein Briefkasten ist immer noch voll viel drin. Mehr kann da nicht drinnen sein. Und da hinten, bei dem Richter, da hat auch noch was drin. Oh, der mehr kann der noch haben. Dann, mische ich sehr gerne. Ja, bisschen, viel, ja, kann man sich nicht glauben. Da hast du dein Essen. Nämlich letzte Folge noch Bestellung. Und Bestellung noch so, ja, easy. Nein, 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 ich werde davon nichts abmachen. Auf jeden Fall werden wir jetzt die Wache machen und dann, ja, so richtig, richtig bis zum Mond schießen. Das war bestimmt viel Spaß, ey. Mond zu Mond, zu Mond. Wo seid ihr, oder? So, so war ich noch klar. So, easy. Easy, JJG. Yo, 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 kann man sich ja mal gönnen. Yo, kann man sich ja mal gönnen. Ach ja, ich finde es toll, dass einige meine Videos auf dem Film schön finden. Das finde ich super toll. das ist einfach lossehen. Ist ein Creeper in der Nähe? Nee, aber ich trau mich nicht für eine Schwierigkeit, das gerade an ist. Ja, man kann die Creeper explodieren, das ist die Farm kaputt. Und das möchte ich auch nicht. Verstehst du? Ich hatte mal einen Creeper als Haustier, aber der hat dann, als er mich berührt hat, explodiert. Kein nichts dafür. Er ist einfach so, explodiert. Na, Wolfgang? Hast du ja gestern selbst gesehen. Und jetzt meine Karottenfahnen. Ich darf es essen. Gustav. Und mehr gibt es auch nicht heute. Du hast es gestern ja überfielen. Gustav, ich mache ja schon extra eine Karottenfahnen für dich. Aber das geht ein bisschen zu weit, dass du mich storkst. Verstehst du, Gustav? Ja, okay, okay. Eine Karotte kannst du dir geben, ne? Gustav, ich habe dir eine Enkel gegeben. Du sagst es doch mal. Ich freue mich schon, wenn dein nächster Update ist, Gustav. Da gibt es bestimmt auch wieder mal die Pistens, wo ich mich dann freuen werde. Jo, Gustav, ey. Ich will dir das noch neu geben. Ja, ja, ja. Aber kriegst du morgen gar nichts. Dann kriegst du morgen gar nichts, ne? Ja, Gustav, du bist schon genug gefädert worden. Oh, nee. Jetzt freut er mich. Oh, nee. Ja, nee. Ja, ja. Ja, also wurden wir geschickt. Schon wieder. So, jetzt sehen wir, wo meine Ledertruhe ist. Da kommt keine braune Wolle rein. Ja, so, 1, 2, 3, 4, 5. Je, 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 je. Kann man sich schon mal gönnen. Heute ist ja natürlich Dienstag und das heißt, ich muss auch weiter durch dich farmen für Eisen. Das sieht man ja auch. Eisen regiert die Welt. Obwohl, nee, jetzt ja noch nicht. Ich hab ja gewinnig Eisen. Ach, unser Balkon. Find ich super schön. Ja. Ja. Und jetzt werde ich mal die Folge beenden. Ciao. Leute, ich hab mir Spaß gemacht, ey. Ihr dachte jetzt bestimmt, ach du scheiße, er beendet so früh schon. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Spaß, Spaß, Spaß. Alle Fähigkeiten. Oh, mein Lieber, ich bin immer noch nicht schlafen. Nein. Oh, Mann. Ich bin immer noch nicht schlafen. So, ich geh jetzt erst mal schlafen, versteht ihr? Schlafen macht immer Spaß. Scheiße. Ja, ja, ich bin wach. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin auch so müde. Boah, scheiße, ich hab mir die Hose geschissen. Oh, fuck. Ich schaß mir noch mal mehr an die Hose. Oh, scheiße. Oh, Mann. Oh, nein. Ich hab mir die Hose geschissen. Oh, nee. Ach, das ist halt so, ne? Ich hab' ne Frage, wenn ich da was mit nem Schwert abbaue? Nee, ich bin immer noch eins, oder? Drei, vier, fünf. Ja, ich guck mal noch eins. Bei der Axt war sowas praktisch. Da hätt ich mehrere Rollstücke rausbekommen. Beim Looting. Da machst du meinen Schub nach. Oh, was macht hier ne Hexe? What the heck? Du blöde Bitch, ey. Du bist so alt geworden. Boah. Muss ich mir jetzt wirklich gönnen, ey. Oh, fuck. Hab ich meinen Bogen? Ja, meinen Bogen. Hab ich nen Fall? Nein, ich hab keinen Fall. Alter, irgendwie fänd ich... Scheiße. Toll. Wenn ich den Creeper... Oh nein, oh nein Oh nein, oh nein Oh nein, oh nein Oh nein, oh nein Uh Rutschleiche reand im Bäcker Im Bäcker im Bäcker im Bäcker Ich denk Guck mal Das hab ich mir auch erfahren Obwohl, eigentlich lange noch mich haben, in meinem Brunnen zu sagen CC fался ich ein bisschen verbraucht Deswegen ist die Drohung auch mal ein bisschen leerer geworden Und jetzt muss ich regenerieren. Und jetzt Tywin, willst du reinkommen? Bei Minecraft! Muss ich gucken, ob er heute kommt. Komm aber schon mal rein, ich mach grad Aufnahme. Was ist jetzt die Möglichkeit noch? Egal. Ich stell's mal jetzt super langsam an. Ich schaff das! Nein, ich schaff das nicht! Autsch! Meine Leben müssen sich regenerieren, ey. Die Hexe hat mich beinahe gekillt. Wenn er jetzt doch so ein Creeper wär, wär's tot. Ich muss jetzt erst mal die Spinne töten, ey. Die blöde Spider. Mann, ey, die blöde Spinne. Ein Hit noch, ein Hit noch. Und... Yo, tot bist du. Na, Spinne? Bestorben? Hm? Ich bin so dumm, weil ich ein Wilder bin. So dämlich bin ich heute, weil ich ein Wilder bin. Genauso. Wenn ich jetzt hier schon... Nee, und dann hat man in der Stadt... Vor mir angriffen wäre ich jetzt tot eigentlich. Aber... Er hat ein Eisen getroppt. Geil! Geil, er hat ein Eisen getroppt. Alter, habt ihr gesehen? Der Creeper explodiert einfach, obwohl ich nicht super in der Nähe bin. Ich bin sogar ein bisschen weiter weg und hab ihn nicht mal angegriffen. Boom, ist er explodiert. Meine Rüstung, wie lange hält sie... Oh, ne, nicht lange hält sie. Hm. Ich hab da so eine Idee. Ich bleib mal noch am Überlegen. Ja. Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, was für ein neues Projekt ich anfangen soll? Ne, aber es wird dann noch lange dauern, ne, weißt du ja? Und schreibt mir in den Kommentaren, was ich denn hier in der Stadt noch so bauen soll. So eine Kirche, ich geh jetzt einfach dazu Kirche. Oder, äh, ein Rathaus. Oder ob ich, ähm, mein Haus weiterbauen soll. Wie gesagt, mein Grundstück ist nicht mehr sehr groß. Dann beende ich jetzt mal die Folge und ich sage jetzt noch... Ciao. Vielen Dank.